Es ist voll gefährlich da unten, ne? Nicht, dass du da irgendwie runterfällst. Nein, ich bin da runtergefallen! Schwör! Ich bin tot! Ich hab vorhin gesagt, pass auf! Creeper! Nee, ich... Du bist so dumm! Fuck! Fuck! Ich hab dich umgebracht! Autsch! Du bist so... Nein! Ich bin tot! Du bist tot! Wer sind das dumm? Ich hab schießt, Alter, Alter! Junge! Der Rude! Wo? Wo? Was ist denn los? Ui? Lef noch? Ui! Zui, Bombe! Zui, Bombe! Massaker! Ich bin Traitor! Junge, ich kill alle! Du bist Traitor! Yo, yo! Ich hab sechs Traitor-Points! Du kleiner... Junge! 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 Krass! Krass! Johoho! Ich hab gewonnen! Du hast alle... Alle gelehrt! Die alle umgebracht! Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer... Ey, was macht der von mir? Trouble in Mindville heute mit Sui-Tag! Hallo! Und bei mir ist der Show-Treiber dabei! Hallo nochmal für deine Leute! So, wie ich spiele, wenn ich nur in Trouble in Mindville und hier als Traitor... Nein, du musst sagen, du musst sagen! Hey! Trouble in Mindville! Leica, verreide! Leica, verret! Verreit! 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 Na schluss da, verreit! Ey, es geht los! Ja, es geht los! Okay, gut! Unknown Map haben wir gemacht und das ist wie rausgekommen! Die Map hier! Ach, da bist du auch schon! Bist du Tratau? Ja, natürlich! Ich bin auch Tratau! Fag, ich hab nichts! Ich hab jetzt einen gegeben! Ja, ich hab schon lange! Ich bin... Ich hab... Ja, es wird bemerkt! Ich krieg nichts! Warte, ich geb dir gleich ein Holzschwert! Da! Kiste! Meins! Ich hab einen bekommen! Meins! Leute, ich hab Diamanten gefunden! Ich baue ab! Ich hab Schiss, da runterzufallen! Dann bin ich nicht mehr in Trouble! Nein, ich hab ein Holzschwert! Hast du jetzt alle Sachen? Nein, ich hab ein Holzschwert! Oh, mies! In Trouble in mein being! Ja, in Trou... Trouble... Trouble... Okay, Trouble in mein being! Wo bist du denn? Ich komm mal zu dir! Irgendwo unten! Ach, du bist schon in der Höhle drinne! Ja, ganz schneller hier! Neun Sekunden nur noch, dann lässt du mich noch alleine hier! Ich glaub's nicht! Ich komm mal zu drunter! Wie soll man die Ender... Oh! Das ist voll gefährlich da unten, ne? Nicht, dass du da irgendwie runterfällst! Nein, ich bin runtergefallen! Schwör! Schwör! Ich bin tot! Ich hab's aber gesagt, pass auf! Alter, Alter! Sui! Nein, Juju, du machst nur einen Job! Nein! Ich bin tot! Schwör, du bist tot! Ich bin tot! Sui ist tot! Scheiße, was soll ich dir jetzt hier machen, Mann, alleine! Ja, also, ich hab schon ein gutes Vor-Intro! Ja! Lass eine neue Runde machen, Mann! Ich bin auch schon tot! Schön, Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Trouble in mein will! Das Ganze hier mit dem lieben Sui-Tag hier ganz drüben! Sport! Juju! 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 Trouble in mein will! Mit dem Schau-Driber! Mein Schau-Driber! Ja, hallo! Läike, bereit, wer rät! Wer rät! Wer rät! Ich geh auch hier runter! Ja! Ich hab jetzt noch zwei mal eigentlich! Alter, du bist... Ja? Voll am Längen! Aber egal! Läggst auch? Okay, gut! Du läggst richtig, Alter! Du läggst auch, Mann! Die ganze hier! Alter, wie du läggst! Wie du läggst, Mann! Jetzt nicht mehr! Okay, gut! Du auch nicht nackst, vielleicht später! Boah, kam aber spät bei mir! Okay, Sui! Wo bist du? Ich geh zum Eisen-Cherbert! Okay, ich geh auch da lang! Du läggst etwas! Auf hoffentlich verbessert sich das jetzt! Ja, passt! Davor nicht so, aber direkt in der Aufnahme passiert das, ne? Das ist das Schickste, Leute! Ja, ist echt so! Okay, gut! Jetzt hört man sich klar und deutlich! Ich bin jetzt gleich da beim... Ey, nee! Jetzt klingelt das bei mir! Nö! Nö, jetzt bleib ich eiskalt hier! Ich zocke jetzt! Ach, da bist du! Komm, schnell, Sui! 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 Los, los, los! Ja, 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 ja! Los, los, los! Boah, wie ich hier drücke! Wie ich hier drücke! Komm, wenn die beide... Ich drücke auch, ich drücke auch, ich drücke auch! Ich pack das! Hoffentlich wird das ne gute Aufnahme, Alter! Wir müssen auf jeden Fall zusammenbleiben! Das ist das A und O! Ja! Und, und, und? Wer hat's, wer hat's? Ich nicht! Alle... Okay! Warte! Guck mal, der hat mich fast schon geschlagen hier! Ja, keine... Warte! Du leckst schon wieder! Ja, ich leck auch, Alter! Du leckst! Du leckst auch! Du leckst! Nein, du leckst! Du! Warum soll ich denn sagen, Mann? Du leckst nicht mehr! Okay, gut! Boah, du leckst jetzt! Nein, ich leck nicht! Doch, bei mir jetzt schon! Warum? Leckst du das Liga an PS? Nee! Ja, jetzt geht's wieder! Jetzt geht's wieder! Komm, wir machen wir fertig hier! Ja, ja, mach, 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 mach! Ah, komm her, ja, komm her! Alter, wie der es leckt! Ja, Mann! Lauf, lauf, lauf! Ich sehe, eine, nein, hier ist gar kein Problem jetzt weg! Wir müssen, warte, wir polen ein paar Stück hier hin und danach rennen wir weg! Okay! Komm, ich schieße einfach in die Menge rein, YOLO! Einmal, einmal so reinschießen! Hau ab, hau ab! Ah! Ah! Ey, die denken jetzt, dass der das ist! Guck mal, der schießt da rein! Ja, Mann! Ich habe keinen Optifan drin, ich kann es nicht zoomen! Okay! Ist da einer rausgelaufen? Da sind welche rausgelaufen! Los, 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 los! Okay, auf ihn drauf, auf ihn drauf! Auf ihn drauf! Los! Ey, der ist schon tot! Ich will auch Punkte machen! Ich habe auch nicht gerade so viel, ich habe ein 1720! Ich habe 3730! Okay! Ich will aber töten! Da oben sind welche! Okay, gut! Da, da sind auch welche! Bei mir immer noch etwas! Komm, die packen wir! Oh, Creeper! Ah! Nein, wieso bin ich hier unten? Ach, da oben ist einer! Packst du den? Packst du den? Der ist tot! Der andere hat den geklaut, ey! Ich will den töten! Guck mal, normalerweise rennt man ja immer so weg als würde, aber diesmal sind wir voll in über... Da oben! Der Lappen da! Erstmal richtig bang! Ey, ey! Du bist dumm! Hab ich dich getroffen? Ja! Scheiße, Mann! Guck mal, der ist runtergefallen! Komm, den packst du, Sui! Ich mach doch... Den packst! Sui! Sui! Den packst du! Ja, los, komm mit! Ich komme von unten! Wo ist denn der? Hier! Hast du den? Nein! Nein! Ich hab ihn nicht! Der Verräter! Oh! Das ist ein Detektiv! Drauf, drauf, drauf! Nein! Schau! Sui! Ja, ich hab ihn! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ich helfe dir, ich helfe dir! Alter, Alter! Ja, ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Slash B1! Creeper Eros hab ich! Wo sind die anderen noch? Die sind alle noch drinnen hier! Alter, ich muss ihn doch regenerieren nochmal! Warte, oben! Wissen! Oben? Okay! Oh! Alter, Walter! Krass, krass, krass! Ja, Mann! Alter, ich seh nichts! Hau doch ab! Wie ist der dumm! Alter, ist der dumm! Der hat mich fast getötet! Ich hab Eisenschild gefunden! Yeah! Läuft bei mir! Guck mal, wir sind wie viele Leute noch? Wie viele sind auch nur übrig! Keine Ahnung! Auf jeden Fall weiß ich nur, dass der Typ mich fast getötet! Hier unten ist einer! Hier unten ist einer eiskalt! Das ist der von vorhin! Ich lauf jetzt dem mal hinterher! Der einer hat mich eben fast getötet von unseren Traitor- Ah! Der, der, der ist böse! Der ist böse! Ne, der ist lieb! Ach, der ist lieb! Wir sind böse! Wir sind böse! Creeper! Nee, ich... Du bist so dumm! Fuck! Fuck! Ich hab dich unten gebrannt! Du bist so ein Spaß! Alter, ich schieb da total schon so nach rein! Hier, der ist beim Eisenschwert! Wo das Eisenschwert war! Nein! Scheiße! Ja, wenigstens hast du Karma verloren, du Arschlack! Nein, ich hab gar nicht... Alter! Aber die hängen doch gleich noch ne Runde dran, ne? Ja, ja! Der ist da unten! Der ist da unten! Okay, gut! Komm, schneller! Du musst deinen Pfeiler runterschießen! Jetzt! Puh! Ey! Hopp, ich schieße halt! Du läufst einmal so rein! Ey, ey, ey! Weißt du, wo einer ist? Der Wichser! Ja? Der campt! Der Eisenschwert da noch? Weiß ich nicht! Ja, wahrscheinlich, wenn... Wenn zwei ich die campen... Und, und, und... Aber es gibt noch vier! Ja, Mann! Läuft! Zwei Players Remain! Soll ich dir sagen, wo der ist? Ja! Obwohl, das ist Ghosten! Na, nix Ghosting, aber das Teamwork! Okay, okay! Äh, guck! Das finde ich mir energie! Komm, komm zu diesem Schiff, was in der Luft ist! Okay! Und da oben ist so ein, so ein Pfahl und da ist er drauf! Du mal ein bisschen... Ach, da... Da muss der sein, der kleine Schlinge! Ach, das ist der einzigste! Ich bin auch der einzigste Trader hier! Der heißt Ner... Zoturo! Nerazzuro 97! Okay! Wo bist du denn? Läuft die um die... Ach, da! Ah, jetzt seh ich ihn! Jetzt seh ich den kleinen Verräter! Siehst du, siehst du ihn? Siehst du ihn? Ja, ich seh ihn da oben! Oh, ein bisschen hier Action-Maction! Alter, warte, bei mir kommt gerade einer rein! Oh! Und, und, Bäm! Und, Bäm! Ich bin voll am Kämpfen! Ich weiß nicht, ich weiß nicht, soll ich's riskieren? Ich bin gerade zähltergast! Alter, bei mir kommt einer einfach rein! Egal! So ist das, Leute! So ist Relive hier! So, jetzt aber! Ja, der kommt einfach rein und redet! Jetzt lacht er auch noch! Jetzt geh raus! Ja, ich geh rauf! Ich geh rauf, keine Sorge! Ich geh rauf! Nicht du! Ach, der soll rausgehen! Richtig hammer! Jetzt schnetzel den! Der kleine... Warum kämpft der da oben, der Kleiner? Warum kämpft der oben, Mann? Hast du keine Eier oder was, Mann? Hat der noch so einen männlichen Skin? Alter, weiter, Mann! Ja, du musst hoch! Warum runter? Ja! Ich sterbe dann, Mann! Oh! Scheiß drauf! Ich geh auf YOLO! Ich hab dich auch umgefahren! Du musst jetzt! Ja, du hast... Yeah! Ich bin tot! Weiß! Der Kleine... Der Kleine hat gewonnen! Super! Dieser Mutafucka! Guck mal! Okay, gut, Leute! Wir sehen uns gleich in der zweiten Runde! Tschüss! Tschüss! Bis gleich! Trouble in meinem! Genau, Leute! Lassen wir in der zweiten Runde! Oh, Traitor konnte ich nicht... Oh, da hab ich noch eingeben! Ah, fuck! Du wolltest noch Pokern, ne? Scheiße! Wir wollten Pokern mit Sui diese Runde! Nein, Scherz von Scherz! Das ist ein E-Tum! Ich hab's nicht eingeben! Na, Sui? Hast du oder nicht? Ich weiß nicht! Nein, ich hab nicht! Ne, dann lüge ich, ja! Ich lüge nicht! Scheiße, ich hab nicht! Ich hab nicht! Was denn? Ich hab eingegeben! Ich hab vergesst, was mit Pokern! Wir wollten ein bisschen Pokern jetzt die Runde! Aber Show muss es ja wieder verkacken! Und hat mir jetzt gesagt, was er ist! Nein! Ich bin nicht mit Inno! Bin nur nicht wahr! Mit dem Trait! Verdammt! Ich hab heute, er ist... Du kennst mich aber doch noch, oder? Schreibt grad einer! Natürlich, ja, Sui kennt jeden von euch! Der vergisst euch nicht, Leute! Auch wenn euch nicht antwortet, tief mit ihm um! Setz ihm sein Herz! Jawohl! Ich hab mittlerweile vergessen! Kiste deinen zusammen, Mann! Alter, was mach ich denn hier, Mann! Ich lauf hier mit... Als Traitor rum! Hab kein... Kein einzig Kiste gefunden! Ach, da bist du! Ah, Sui ist auch ein Traitor! Du kleiner Schlingel! Schlingel, du! Okay, ich brauchst dein Schwert! Ich hab einen! Danke, Sui! Ich hab einen! Das ist ein Teamkamerad, Leute, ne? Hier! Schreibt allen die Kommentare! Sui ist gute Teamkamerad! Hier, noch Pfeile! Dankeschön! Hast du Bogen? Ja, hab ich! Gut! Diesmal tötest du mich nicht! Nein! Ich möchte mich nicht! Komm runter hier, lass runter! Sonst denken die alle... Oh, die sind Traitor! Sieh ich ja schon am Augen! Die Bogen zieht uns! Oh, was? Alter! Da ist ein Inu ganz oben, aber... Nicht sterben! Ne, ne! Die bleiben mit zusammen! Jetzt kann ich... Ich hab' alles runtergesperrt! Ja, hab' ich auch gesehen! Oh, Mann! Ach, du Scheiße! Soll wir die alle massakieren, oder? Ne, wir fangen... Alle, da sind... Viel zu viele! Ne, es... Kommt, die polen einen hierhin! Autsch! Du bist so... Nein! Ich bin tot! Du bist tot! Wer ist denn das dumm? Na, kleine Hohle hat sich umobacht, Mann! Wie dumm kann man denn sein? Oh! Mann! Alter! Warum kriegst du jetzt... Schau, du stirbst auch, Alter! Nein, Digga! Versui! Ja, aber accept... Bist du gestorben? Ich bin... Ich bin... Äh... Wir sind gegrasht worden, Alter! Der Meister ist gegrasht! Nein, ich bin... Accept, Mann! Was? Ich bin disconnecting selber! Okay, wir hängen noch eine Runde hintendran! Genau, Leute! Bis gleich! Hallo! Willkommen! Zur der dritten Runde... Trouble in Mindville! Trouble in Mindville! Und diesmal pokern wir! Aber richtig, ne? Lieber Sui... Herr Sui Tak! Ja, diesmal pokern wir! Und... Genau! Ich werde keine Pässe haben! Natürlich immer noch der Show-Driver dabei! Bei mir der liebe Sui Tak! Der romantische Sui Tak! Hast du schon irgendwas? Ja, ich habe schon viele Sachen bekommen! Geh mal ab! Ja! Ja, ich habe ein Holzschwert für dich! Komm runter! Ich habe selber ein Holzschwert! Ah, okay, gut! Nein, ich habe ja schon ein Steinschwert! Okay, ich komme jetzt hoch! Ich komme zu dir! Ich lasse dich nicht alleine! Herr Sui Tak! Ich bin aber nicht oben! Du bist... Wo bist denn du denn? Hier unten! Ganz unten! Ich bin auch ganz unten! Ach, du bist ganz unten! Ich hoffe, da gibt es noch Kisten! Ja? Okay, gut! Gibt es aber nicht! Ja, da ist gerade einer an mir vorbeigesprungen! Okay, was bist du denn? Inno! Jetzt ehrlich? Ja! Machen wir einen Flachs! Wir wollten pokern! Nee, ich bin doch Inno! Ich brauche Inno! Spaß! Ich bin bei Mx-Miles-Miles-Miles! Ich glaube dir nicht, Alter! Ich bin Inno, Bruder! Trau mir doch! Komm! Ich bin hinter dir! Ich trau dir nicht, Mann! Du könntest mir vor dem Ernst trauen! Ich tue hier nicht! Bist du hier 100% sicher? Ich bin 100% sicher! Komm, wir killen den einfach so YOLO! Ey, ey! Der tötet mich! Nein! Geh weg, geh weg! Ich bin Inno! Ich weiß, ich bin Inno! Aber ich bin der Typ, Alter! Der ist Traitor! Glaube ich, jedenfalls! Probieren geht über Studieren! Was? Probieren geht über Studieren, mein Freund! Nein! Einmal ist abschließend! Ich bin hinter dir, ich hatte damals Aufnahmen, da hatte ich 200 Kameras im neuen Accounts. Da habe ich auf 0 Kameras runtergearbeitet. Ich habe 10 Inno, so dass ich kill den auch! Ah! Der tötet dich! Nein! Ich bin tot! Ich bin tot! Du bist tot, Alter! Ja, Mann! Ich bin tot! Dann spektate mich! Ja, ich spektate dich! Louis, du musst mich rächen! Ja, ich mach! Ja, okay! Ey, da vor dir musst du killen! Alter, wie viele sind denn da oben? Ja, Mann! Kill den, kill den! Louis, du schaffst das! Ich habe fließt, Alter, Alter! Junge! Der Rude! Wo? Wo? Was ist denn los? Sui? Seht's los? Sui! Sui, Bommel! Sui, Bommel! Massaker! Ich bin Traitor! Junge, ich kill alle! Du bist Traitor! Yo, yo! Ich habe 6 Traitor Points! Junge, 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 Junge! Krass! Krass! Johoho! Wir haben gewonnen! Theo, du hast alle, alle gelernt, die alle umgebracht haben! Wir haben gewonnen! Junge! Tchü! Alter! Einfach mal, so alle killen, die hier drinnen waren! Alter, die haben reingeliegekillt! Alter, du kleiner Schlinge hast doch Pass eingelöst, ne? Ja! Ohoho! Du musst jetzt mal in der Aufnahme gucken! Alter! Alter! Ich bin richtig einfach gelaufen! Boah! Ey! Ey, Leute! Das war unfassbar, man! Joach! Joach! Wir würden... Ja, das war's halt mit der crazy Aufnahme! Wird wirklich crazy! Ja! Sui, Tag! Ist in der Videobeschreibung! So wie Showdriver! And... Trouble in Mindmill! Genau! Wir würden über unsere Bewertung uns sehr, sehr freuen, ne? Ja, genau! Und dann, sagen wir mal, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal! Tschüss! 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 Prominent Mindmill! Tschüss! Gary хлash foods! Oh shit!